hallo und herzlich willkommen liebe gaming freunde jetzt wieder mit einem weiteren guide zu outlast 2 und zwar geht es diesmal um die trophäe guten rutsch den erfolg des achievement dafür müsst ihr in kapitel 3 in das unterkapitel blutregen gehen blatt rein heißt es auf englisch ich glaube blutregen sollte auf deutsch richtig sein und wenn ihr dann hier in der schule seid hier ist die einzige möglichkeit die einzige möglichkeit wo ihr zwölf meter rutschen könnt und zwar werden wir das hier im blut machen ich habe das video sehr früh gestartet damit ihr schon mal wisst wo an welcher stelle das ganze ungefähr stattfindet und wenn dann der feueralarm losgeht und der blutregen ja den flur entlang spritzt dann einfach beherzt anlaufen im laufen die ducken taste drücken um zu rutschen genau und zwölf meter armstücke rutscht er beschert euch dann den erfolg die trophäe guten rutsch also wie gesagt wirklich nur anlaufen die taste drücken für geduckt während ihr lauft und schon fangt ihr an zu rutschen und solltet beim ersten mal nicht klappen einfach checkpoint neu laden oder halt einfach das kapitel noch mal neu reinladen und dann ein weiteres mal probieren sollte aber ganz ganz leicht und easy gehen angeblich rutscht man noch ein kleines bisschen besser ohne kamera ausgerüstet habe ich jetzt schon von paar leuten gehört ich weiß ich hatte die kamera in der hand jetzt geht es hier gleich los und hatte auch kein problem damit die trophäe den erfolg zu erreichen deswegen halte ich das jetzt mal für fragwürdig aber egal ihr könnt ja solltet ihr probleme haben sicherheitshalber die kamera ausschalten hier geht's los wir sprinten kurz und drücken dann drückt aufducken und das soll es hier schon gewesen sein da kommt ihr die trophäe guten rutsch ihr seht ihr habt da noch mal einen zweiten gang wo ihr es noch mal machen könnt wo es noch mal ein kleines bisschen länger vielleicht klappt also direkt zwei versuche hintereinander dran um die trophäe zu erlangen ich hoffe es hat geklappt wenn euch der guide gefallen hat lasten daumen nach oben da würde ich mich riesig darüber freuen empfehlt das video weiter noch besser mundpropaganda ist die beste propaganda die man sich wünschen kann ansonsten freue ich mich natürlich auch wenn ihr den kanal abonniert und so kein weiteres neues video verpasst ich sage bis zum nächsten guide so long goodbye keep gaming euer goodie bis zum nächsten